So machen wir mal weiter hier. Soll ich die retten? Nee. Manager helfen, viele XP-Bewohner. Gibt es hier keinen näheren Punkt, wo ich irgendwie... Naja, scheiß drauf. Kätzchen, wo bist du? Hallo? Hallo mein Schatzi. Ey, wo bist du hin jetzt? Komm jetzt her, Mann. Ja. Lass dir schmecken und jetzt lass mich dich reiten. Oh, das sieht heute echt gut aus. Mein, wer heißt die Säbelzahnkatze? Diego. Aus Ice Age. Jetzt hol ich mir hier schnell die Lager und so. Habe ich alle Lager erkundet, äh, erobert. Dann gehört mir alles. Und jeder. Dam, dam, dam. Bleib nicht stehen, Tiger. Das waren nur ein paar Meter. Die drei, vier Meter da. Ich bin schon fast da, eigentlich. Das ging doch flott. Lösen. Oh, ja. Boah, das ist ja eine ganze Stadt. Da haben die ja was aufgebaut, die Leute, hier. Ähm. Das ist eine ganze City hier. Gibt's hier irgendwo eine Möglichkeit? Hier sieht es doch ganz gut aus. Wenn ich hier so ein Ding hinwerfe, so. Das war das Falsche. Ich wollte, dass die eigentlich böse werden. Die ging es eigentlich töten. Das war das Falsche. Das war, das war. Dann hab ich ihn. Das war, das war. Ich bin jetzt. Da w frustrating. Die ging es wie früher. Alles war. Und ich bin jetzt. hier haben wir jetzt gesehen obwohl ich in der baum war pack auf ihr wollt ja anders aber der 1 und 2 und wer es noch alter ich hatte ja gar nicht auf dem schirm boah leck du penner ich will mit anlaufen in die sperre gerannt da sperr liegen lassen oder was oder habe ich nur fünf noch so ein panzer noch so ein panzer Boah, wer hat meine Bestie gekillt? Wer von euch hat mein Diego verletzt? Hier. Wieso ist das jetzt auf dem Dach? Kommt der aufs Dach? Ja. Das ist jetzt mein Dorf, haben wir uns verstanden. Das ist meine Hood. Einen einzigen gibt es noch irgendwo. Ja, wo brauche ich noch ein Speer? Ja, wo habe ich Speer verloren? Irgendwo hier ist es bestimmt noch Speer, oder? Komm her. Aber nicht ins Feuer. Bleib hier. Hier. Noch ein Stückchen Fleisch für dich. Boah, leck. Greifen die jetzt mein Dorf an, oder was? Sollten die mal ganz schnell vergessen, die Ärsche da. Ja. Was hast du Schönes dabei? Eine Höhle. Außenposten. Noch ein Leuchtfeuer. Ja, hast du was. zwei sperre dabei so ein alter sperrwerfer aber hier unternehmen gesammelt hier weil muss ich laufen 200 meter ja okay die kann ich auch zu fuß aber zurückliegen wo ist auch voller headshot wieso lebt der scheißviech noch ich dachte ich gebe dir jetzt schön headshot dann ist es tot was ist das hier dachse wo leck das war ganz schön knapp noch sterben können 100 meter noch da oben auf dem berg ich sehe schon ich kann schon sehen und 1 und 2 und 3 und 4 kann man darf nur keine lahm aktivieren und 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 da lebt noch einer da unten ist ja los die ja mein platz so hat er es auch geschafft was da fehlt immer noch eins ein fähigkeiten punkt ich habe nichts mehr hier rüber werfen bitte leider nicht leider muss ich wieder zu fuß laufen die welt ist das 200 meter ok ich brauche gar nicht mehr reiten die 200 meter glaube ich noch zu fuß jeder schritt hält wird also ein tier was ich gerne legen würde nächsten bär den lasse lieber kabak länge in außenposten da in diesem busch verstecke ich mich jawohl unsichtbar eins und zwei und drei und vier da ist noch einer das ein paar das ein paar nein in 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 Ich komme dir sich nun vonaccord. Ich komm das weg. Ich will von mir leben! Schnauze, so ich töte dich. Boah, so gut war ich noch nie Undercover. Ich weiß gar nicht, was es bei den Fetten hier geht. Der Takedown. Sogar ein schwerer Takedown. Das war der letzte, der mich gesehen hat. Das war eine schöne Runde. Das hätte ich öfter machen können. Expansion Trophäer. Kein Alarm ausgelöst. Immer 50 XP. Alter, wenn ich das gewusst hätte. So, jetzt muss ich das Spiel nochmal spielen. Ah, sehr schön. Ja, schöne Kätzchen. Lass mich hier bitte raus. Da steht doch Reiten. Wieso streichelt der der Scheißviech? Reiten, ja. Okay. Sehr schwer. Ich will jetzt das da machen. Na, da unten ist der letzte Punkt, ja. Jump. Jetzt mach ich das, dann krieg ich wahrscheinlich wieder eine neue Mitbewohnerin für mein Dorf. Das ist die letzte, die mir fehlt und mir war es die letzten vier Skill-Punkte, also ihr versteht, wie ich es meinte. Kann ich wieder skillen, wenn die in mein Dorf kommt. Jo. Okay. Scheiße. Bin ich wohl so hoch? Bin ich wohl so groß? Schauen wir mal. Zumindest lasst mir die Tiere in Ruhe. Nicht alles und jeder will mich töten, solange ich auf selbstartiger reite. Nein, danke. Ich will keinen mehr schützen. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel, des Guten. Ich möchte nur an mein Ziel. Bin ich schon in der Nähe, oder? Wo sind denn die? Da oben? Ja, die schaffen die schon selber. Die sind ja groß genug. Die sind zwar wahrscheinlich gefesselt, aber... Naja. Das sind die halt verloren. Wieder eine ganze Stadt. Was war das? Ich bin jetzt einfach neben Syriels Antigua abgestiegen. Ja, ich meine, es ist eine Stadt voller Feinde. Ja. Das sind welche zum Retten. Ja, ja. Ja, ja. ja den davon hat es denn da jawohl krokodil oder sowas schlachten sich das gegenseitig ab vorsichtig entdeckt mich doch gleich katze der fall der fälle ok wie muss ich da reinkommen toll die katze hat es verkackt so da oben stehen welche was guckst du so heiß nicht da oben losse war ja oder pänner du was exp limit du hast ein exp limit erreicht und kannst keine weiteren dazugewinn bei verschiedenen aufgaben hältst du aber weiterhin fähigkeiten punkte als belohnung schließe alle aufgaben ab um die punkte zu verdienen um die fähigkeiten zu vervollständigen einige aufgaben sind versteckt und werden durch die beendigung anderer aufgaben freigeschaltet so hallo bitte nicht doch losgerannt nur weil meine katze es versaut hat aber daran zu schleichen schon schwer da wirst du ja hier halte ich mal voll das war ja aber ganz anders an hoffe ich dass es funktioniert was ich mir vorstelle cool da ist eine hand die wollte ich zwar gar nicht aber die nehme ich mit natürlich jo komme ich da nicht drüber ja das dachte ich vielleicht ich komme nicht drüber aber nix da scheiße ich komme nicht drüber die erdachten ist und sie hatten verdammt noch mal recht muss ich hier noch mal schauen denn dieses haus muss ich ja da steht noch einer da steht noch einer Wenn ich zwei von denen erwische, das ist doch sehr gut, oder? Jawoll! Jetzt dich erwische ich noch. Nein! Zum Glück stirbt er bei sowas nicht. Zum Glück stirbt er! So noch ein Tochter. Alter, was ist denn das für Scharfschützen? Okay, warte ich komm hoch. Wenn ihr so zu mir seid. Hier, wie du lebst noch, lebst immer noch, alter, lov, lov, okay, wollte ich ja nicht anders. Boah, leck, boah, leck, die drei da oben, ja, das ist wahrscheinlich der Boss, so was wie ein Boss. Ich glaube auch nicht, dass sie durch das Ding sterben. Wenn ich die da oben vergifte, mit so einem Bienenstock meine ich, sprenge, ich glaube nicht, dass sie dadurch sterben. Das hier war voll gut. Das war hier ein guter Zug. Da steht noch einer, da ist einer, so noch ein paar, da sind noch mal zwei. Da ist doch ein Pferd ab. Das ist doch ein Pferd ab. Aber das ist doch ein Pferd ab. Das ist doch ein Pferd. Jetzt wird es dunkel, jetzt sehe ich hier erst recht nichts mehr. Kann man hier da hoch irgendwie, kann man hier mit Zeug hoch, in der Hütte. Ich bin hier. Ich habe Angst, weil diese Wichser da oben mich beschießen. Oh nein. Wer hat gehen in der Nähe gerufen? Ja, du alter Tatzenbär, wo bist du? Man, wie sind die so gut? Komm mit mir, diese Hütte. Schnapp in dir, Bär. So kann ich das Ziel nicht erreichen. Roshani. Hört halt auf. Das geht bei euch schief ab. Lala. Idioten. Lala. Ich hab Angst. Überall sind Gefahren. Zum Glück kann ich ihn aber wieder beleben. Einen Moment. Einen Moment. Komm, lauf hier rein. Ich warte nur auf dich, ja? Auf dich. Tot? Ja. Ich hab' den Kopf. Los, die Brüder. Du fliebte Träger, du Kass. Mann. Verblöd von dir, Bär. Muss ich dich leider auch töten? Du gleich böse wirst. Was? Lass doch mal in Bärenruhe, der hat ihn aber gegrillt mal wieder. Ja, mein Lager. Oder? Was? Was?